Wie viel verdiene ich eigentlich als Drogen-YouTuber? Es ist Zeit für ein Update-Video zu meinen Finanzen. In meinem Fall ist es, denke ich, besonders interessant, weil es kaum einen YouTuber gibt mit meiner Geschäftsstruktur. Wie hoch sind denn meine YouTube-Einnahmen dieses Jahr? Dieser Kabal war mal komplett entmonetarisiert, aber ich habe die Monetarisierung zurückerhalten und habe dieses Jahr insgesamt 84.000 Euro... Nein, Moment mal. 84 Euro. 84 Euro mit YouTube-Werbung verdient. Also obwohl ich theoretisch Geld mit YouTube verdienen könnte, stuft YouTube kein einziges Video von mir als werbefreundlich ein, weshalb ich auf andere Einkommensquellen angewiesen bin. Wie sieht es bei mir mit Placements aus? Obwohl ich mittlerweile gar nicht so wenig Anfragen bekomme, habe ich nur das Insta360-Placement gemacht, weil das eine Marke ist, die ich richtig feiere. Dafür habe ich insgesamt... Es gab Zeiten, wo ich sehr knapp bei Kasse war, wo ich Raid Shadow Legend Placements für unter 3.000 Euro gemacht habe. Ich habe einen Amazon Seller Account. Da war mein Gesamtumsatz 14.000 Euro. Wegen den hohen Verkäufergebühren und der hohen Rucksenderate von Amazon-Kunden macht man da aber nicht allzu viel Gewinn. Ich benutze Amazon nicht, um fett Gewinn zu machen, sondern teils einfach nur, um keinen Verlust zu machen, wenn sich Produkte schlechter verkaufen als erwartet. Ich hatte beispielsweise richtig viele Feinwagen für den Shop gekauft, aber die haben sich so schlecht verkauft, dass ich viele davon einfach bei Amazon reingestellt habe, damit ich zumindest nicht auf meinem Einsatz sitzen bleibe. Den größten Umsatz mache ich wirklich mit meinen drei Shops. Zum einen haben wir da den Open Mind Shop. Da gibt es Open Mind Kleidungsstücke wie diese hier, die neueste Version des Projektor 3000, die Tripbox. Der Shop hat einen Gesamtumsatz von über 100.000 Euro gemacht, aber das ist der einzige Shop, wo ich den genauen Gewinn nicht sagen kann, weil ich das nirgends sauber aufgeschlüsselt habe. Das wird dann erst der Fall sein, wenn mein Steuerberater die Steuererklärung für 2022 fertig gemacht hat. Dann gibt es noch meinen Supplements Shop für Nahrungsergänzungsmittel wie After Rave oder seit kurzem Deep Sleep Spray. Hiermit verdiene ich so circa 1.000 bis 2.000 Euro im Monat. Die derzeit lukrativste Einnahmequelle ist allerdings mein neuester Shop, der Open Mind Market. Obwohl es den Shop erst seit vier Monaten gibt, macht er den meisten Umsatz. Der Shop hat in den ersten vier Monaten bereits einen Profit von an die 50.000 Euro gemacht. Allerdings sind die 50.000 Euro nicht komplett für mich. Da sind natürlich mehrere Leute am Shop beteiligt. Mein Anteil war bis jetzt so circa 6.000 Euro im Monat. Alle drei Shops haben dieses Jahr insgesamt einen Umsatz von über 300.000 Euro erzielt. Ich betreibe die Shops alle mit unterschiedlichen Leuten und habe da immer leicht andere Deals. Bei manchen Shops kommen alle Einnahmen direkt auf mein Konto und ich zahle die Leute, die beteiligt sind, aus. Oder es ist andersrum. Die Mitgründer der Shops bekommen das Geld und zahlen mir dann meinen Anteil aus. Ich sage das dazu, weil der Gesamtumsatz, den mein Steuerprogramm auswirft, wäre natürlich viel höher, wenn ich bei allen Shops die Umsätze auf mein Konto bekommen würde. Laut meinem Steuerprogramm habe ich von Januar bis November 2022 einen Gesamtumsatz von 130.000 Euro erzielt. Also Umsatz, der direkt auf mein Konto ging. Aber besonders, weil ich für meine Shops viel Ware einkaufen muss, ist der Umsatz sehr weit vom Gewinn entfernt. Die Ausgaben für Waren, Material und andere Leistungen lagen bei ca. 40.000 Euro. 20.000 Euro gab ich allein für Porto aus. Ich habe auch inzwischen Teilzeit an... ...angestellte, die mich 8.000 Euro gekostet haben. Wenn man in so einer technikaffinen Branche arbeitet, ist es natürlich cool, dass man so gut wie alle Technik, die man kauft, absetzen kann. Für PC, Laptop, Kameras, Objektive, Lautsprecher etc. habe ich Minimum 15.000 Euro ausgegeben. Meine A7S III hat mit Objektiv an die 5.000 Euro gekostet. Und beim Schnitt bin ich noch auf Apple umgestiegen. Dieses MacBook hat mich 3.000 Euro gekostet. Hat sich aber definitiv gelohnt, muss ich sagen. Ich liebe dieses Ding wirklich hart. Und ich hoffe, ihr merkt es auch beim Schnitt, bei den Videos, dass diese geiler geworden sind seit einiger Zeit. Insgesamt bleibt dann noch ein Gewinn von 42.000 Euro übrig. Das gibt ein Gehalt von ca. 3.800 Euro brutto. Ich wohne in München. Die Hälfte von diesem Gehalt geht so ziemlich für die Miete drauf. Vorher wurde ein Teil davon durch meine Ex-Freundin abgenommen. Jetzt muss ich die halt komplett alleine zahlen. Also dieses Jahr war jetzt kein Jahr, wo ich Multimillionär geworden bin. Multimillionär werde ich erst nächstes Jahr. 2021 lag mein Bruttogehalt bei über 5.000 Euro im Monat. Ich gehe aber davon aus, dass der Open Mind Market weiterhin so gut laufen wird. Das heißt, über die nächsten Monate wird mein Gehalt um ein Vielfaches höher sein als die durchschnittlichen 3.800 Euro von diesem Jahr. Zusätzlich werde ich auch noch Werbung bei meiner App schalten, die ihr bereits kostenlos Beta testen könnt, was auch noch eine gute Geldquelle sein wird. Klar, so ziemlich alle anderen YouTuber in meiner Größe verdienen das vielfacher von mir, weil die krassere Placements bekommen und auch sehr viel Geld durch YouTube selbst. Aber weil ich mein Geld größtenteils durch meine eigenen Shops verdiene und bei meinen Videos nicht auf werbefreundlich angewiesen bin, kann ich hier Content bringen, den es bei anderen Channels so niemals geben würde. Allein das letzte Video, wo ich nackt auf Drogen durch ein Hotelzimmer laufe und irgendeinen perversen Scheiß sage. Also danke an alle, die je was in einer meiner drei Shops gekauft haben oder kaufen werden. Ihr macht diesen außergewöhnlichen Content möglich. Und vergesst nicht, wenn ihr was in einer meiner Shops kauft, unterstützt ihr auch einen wohltätigen Zweck. Ein gewisser Teil der Einnahmen geht immer an die Simon will sich bald ein Model S Plaid gönnen Foundation.